Noch vor tausend Jahren, bevor wir bekannt waren, die Zeiten doch hart waren, gab es die Quadratzahlen. Das ist eine Kostprobe, auswendig lernen durch Rap. Jungs und Mädels nennt das den Ohrwurm-Effekt. Einmal eins ist eins und zweimal zwei ist vier. Cola bitte für mich und meine Kumpels hier. Dreimal drei sind neun und viermal vier sind sechzehn. Rechne das nach und dann wirst du das auch verstehen. Fünf mal fünf sind fünfundzwanzig, sechs mal sechs sind sechunddreißig. Junge nimm deinen Taschenrechner und Beweise. Sieben mal sieben, neunundvierzig, acht mal acht, vierundsechzig. Die Quadratzahlen jetzt lernen durch nen Rap-Hit. Neun mal neun, einundachtig, zehn mal zehn, wem wundert's, sind immer noch einhundert. Jungs und Mädels guckt mal, elf mal elf, zwölf mal zwölf und immer so weiter. Ich denke eins bis zehn, zu lernen jetzt das reicht mal. Einmal eins ist eins, zwei mal zwei ist vier. Drei mal drei ist neun, vier mal vier ist sechs. Zehn, fünf mal fünf, fünfundzwanzig, sechs mal sechs, sechstunddreißig, sieben mal sieben, neunundvierzig, acht mal acht, vierundsechzig, neun mal neun, einundachtig, zehn mal zehn, wie schon gesagt, immer noch einhundert. Yo, das wird ein guter Tag, denn heute lernten wir die Zahlen im Quadrat. Herzlich willkommen bei Schule und Rap-Art.